In der geschäftigen Welt der sozialen Medien ist der erste Eindruck entscheidend. Ein Bild, das zum Anhalten beim Scrollen anregt, kann den Unterschied machen zwischen Untergehen in der Masse oder Herausstichen. Hochwertige Fotos werten ihre Inhalte auf, ziehen Aufmerksamkeit auf sich und wecken Neugier. Sie kommunizieren Professionalität, Persönlichkeit und Leidenschaft. Egal ob Sie Unternehmer, Influencer oder einfach nur jemand sind, der Momente mit Freunden teilt, überzeugende Bilder lassen Ihre Botschaft ankommen. Investieren Sie in Ihre Online-Präsenz fesselnde Fotos, sind der Schlüssel zu mehr Interaktion und dem Aufbau einer einprägsamen Marke. Stellen Sie sich Ihren Social-Media-Feed als digitales Schaufenster vor. Würden Sie lieber in einem Geschäft mit trüber Beleuchtung und überfüllten Regalen stöbern? Oder in einem mit heller Auslage und ansprechenden Produktfotos? Dasselbe Prinzip gilt online. Hochwertige Fotos ziehen die Betrachter in Ihren Bann, zeigen Ihre einzigartige Perspektive und regen Ihre Fantasie an. Sie verwandeln Ihren Feed von einem Strom von Beiträgen in eine kuratierte Galerie, die Ihre Persönlichkeit und Ihre Werte widerspiegelt. Bevor Sie Ihr nächstes Foto machen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Ziele für soziale Medien zu definieren. Wollen Sie eine Fangemeinde aufbauen, für ein Unternehmen werben oder einfach nur Ihre kreative Reise teilen? Wenn Sie Ihre Ziele kennen, können Sie Ihre Content-Strategie und Ihren visuellen Stil entsprechend gestalten. Denken Sie über Ihre Zielgruppe und die Botschaft nach, die Sie vermitteln wollen. Wollen Sie mit Ihren Fotos Freude wecken, Reiselust inspirieren oder Ihre Kompetenz unter Beweis stellen? Indem Sie Ihre Fotografie mit Ihrer Gesamtvision in Einklang bringen, schaffen Sie eine einheitliche und wirkungsvolle Online-Präsenz. Stellen Sie sich vor, Sie pitchen einen Film, was ist das Gesamtthema, die Stimmung, die Zielgruppe? Ihre Social-Media-Präsenz ist Ihr persönliches Filmprojekt. Eine einheitliche visuelle Identität hilft Ihnen, Ihre Geschichte zu erzählen. Erkunden Sie verschiedene Fotografiestile. Minimalistisch, lebendig, stimmungsvoll. Und identifizieren Sie Elemente, die zu Ihrer Marke passen. Erstellen Sie ein Moodboard mit inspirierenden Bildern, Farbpaletten und Texturen, um Ihre kreative Richtung zu bestimmen. Diese Klarheit wird sich in Ihren Fotos widerspiegeln und ein Publikum anziehen, das sich mit Ihrer Vision identifiziert. Fotografie ist im Kern die Kunst, Licht einzufangen. Zu verstehen, wie Licht mit Ihrem Motiv interagiert, ist grundlegend, um fesselnde Bilder zu schaffen. Experimentieren Sie mit natürlichem Licht, fotografieren Sie zu verschiedenen Tageszeiten, um zu beobachten, wie es Farben und Schatten verändert. Weiches, diffuses Licht ist ideal für schmeichelhafte Porträts, während grelles Sonnenlicht dramatische Kontraste erzeugen kann. Schauen Sie sich auch nicht, mit künstlichen Lichtquellen zu experimentieren. Die Beherrschung des Zusammenspiels von Licht und Schatten verleiht Ihren Fotos Tiefe und Dimension. Stellen Sie sich Licht wie den Pinsel eines Malers vor. Es kann beleuchten, hervorheben und verdecken und so die Stimmung und Botschaft Ihres Bildes prägen. Beobachten Sie, wie Licht auf verschiedene Oberflächen fällt und experimentieren Sie mit Winkeln. Hintergrundbeleuchtung, bei der sich die Lichtquelle hinter Ihrem Motiv befindet, kann einen verträumten, ätherischen Effekt erzeugen. Seitenlicht betont Texturen und Details, während Frontlicht für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Indem Sie verstehen, wie man Licht manipuliert, werden Sie zu einem Meister des visuellen Geschichtenerzählens. Die Beherrschung der Beherrschung der Beherrschung ist.